ja meine lieben freunde und damit herzlich willkommen zu let's play outlast in der letzten folge waren wir hier ich bin mir nicht mehr ganz sicher was genau jetzt hier die aufgabe war aber das finden wir schon wieder heraus ich finde es ein bisschen schade dass es hier nicht so was gibt wie ziele wo man nachgucken kann aber gut ich kann mich noch vage erinnern dass wir hier auf fettimäck fett fett gestoßen sind soweit ich mich erinnere so und hier war glaube ich irgendwo eine akte oder oder auch nicht ach warum tue ich mal runter ich bin dran so mensch okay auch keine batterie oder so immer gut können wir hier rein natürlich nicht schwierige situation nein oh mein gott kommt er überhaupt lol da läuft er ist der böse ok ich glaube nicht direkt böse aber ich glaube er wird uns schon schlagen wenn wir zu nahe kommen ich versuche vorbeizurennen ok das hat funktioniert gut gut das hat funktioniert jetzt werden die batterien schwach verdammt wie vielleicht ich komme von da unten wieder hoch er hat da die lampe bewegt ich habe lechtes ok so weit so gut hier kommen wir glaube ich nicht raus ne liegt da ne batterie boah da liegt ne batterie ey ihr seid doch schweine natürlich komme ich nicht ran oh gott da hinten irgendwo kommt es da ist der sauerhund den müssen wir doch suchen oder den da müssen wir doch hin ey leute guckt euch mal das hier an alles weggebrannt von dem brand hier ja wahnsinn und uns gehen jetzt hier echt langsam die batterien aus verdammt ich kann ja dann jetzt hier nicht an den dunkeln spielen ey so was haben wir hier hier blinkt doch was jawohl für den wäscherschacht werden drei sicherungen benötigt sicherungen wo kriegen wir denn jetzt sicherungen her verdammt sicherungen 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 ach komm jetzt ist die batterie hier wochen sicherungen los gehen wir erstmal hier lang oh gott was bitte ist das ey das kann das wohl nicht wahr sein oh gott ich hab's gewusst genau gewusst aber wir haben nur eine wir brauchen noch mehr nein ist der aggro der ist aggro und dann kommen wir nicht mehr weiter zurück und dann hat er uns ist jetzt in der falle oder was nein 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 lauf, lauf, lauf rein da fack, 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 rein da, rein da, los ah und jetzt kommen wir hier lang hä, wo sind wir denn jetzt schon wieder halt, hier war die Batterie jawohl scheiße, da kommt er los weg hier, weg hier, weg hier, weg hier ja, er weiß, wo ich stecke und ich kann nichts dann ändern verdammt hier durch, hier durch, los, geh doch geh durch, los wir schütteln den schon ab so, wo sind wir jetzt hier brauchen noch eine, zwei Sicherungen ich weiß es nicht ich weiß es nicht vielleicht kann ich auch diese Etage hier ist der Schlüssel für, ok wir kommen jetzt hier nochmal weiter ich bin halt leicht verwert komm mal hier rein hier kommt man rein, cool kurz mal nachladen ich höre ihn doch laufen wo ist der denn wahnsinn ey jetzt gehen schon wieder die Batterien aus, hä hier könnte man sich zwar nur verstecken, ok Entschuldigung hier ist nicht ein Rollstuhl nein, hier ist er, nein nein lauf, 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 lauf wo lang, wo lang, wo lang, hier lang hier durch los lauf, ach lauf, verdammt, lauf lauf los ich bin nicht da geh wieder weg ich bin nicht hier korrekt nein, jetzt habe ich auch nachladen gekriegt verdammt nein aua lauf, 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 lauf los los, lauf nein geh da durch geh doch da durch los oh Gott ey oh Gott verfluchter Mist da waren wir aber schon da ist er oh, da kommt er hier zum Glück nicht hin, oder? na, ok, gut boah, Leute, ey, das Spiel ich weiß nicht, wo ich diese verfluchten Versicherungen herkriegen soll wir haben kaum noch Batterien, wir müssen nicht aufpassen ah, hier ist eine Batterie schlägt, voll hm ok naja, wir können jetzt hier eh nur hier lang, also muss das schon mal richtig sein, hm ich suche mal das ganze mal ein bisschen systematisch zu machen dann kommt man hier hin, das ist auch klar ok, hier könnten wir zumindest mal schon mal eine einsetzen fehlen immer noch zwei ok, gehen wir mal als erstes hier rein so ich glaube, hier sind wir gar nicht so verkehrt so hinten ist das mit der, wo der gerade war, genau aber haben wir hier nicht ne, hier war das nicht, hier muss immer noch eine sein, ganz sicher da ist doch eine, mein Gott, so wie du am Wecken jetzt kommt er rein na doch nicht ok gut, dann haben wir schon die zwei Leute, wir fehlen immer noch mal rein hier und wir sind das ich muss das jetzt natürlich wieder rausfordern, ey verdammt, da hätten wir so viele Kinder vorschieben können, naja nicht unter dem Bett hier, weil wir es jetzt kommen, naja, jetzt geht er noch die Batterie, ja gut gut, 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 der ist wieder weg ich will mal kurz was probieren, ob man das Ding jetzt immer noch hier zuschieben kann ne, jetzt kommt es nicht mehr zuschieben okay okay schwere Aktion denn jetzt haben wir nur noch eine Batterie wir müssen so oder so hier rein, also so, wir hatten gesagt, erst hier und dann hier da geht's auch noch lang und gehen wir jetzt hier lang oh Gott, der hat uns bitte nicht gesehen oh Gott, der hat uns bitte nicht gesehen oh Gott, der hat uns bitte nicht gesehen so, jetzt sind wir hier ein bisschen zünder hin ach Gott, was ist das denn wieder Leute, sorry, dass ich jetzt gerade ein bisschen hä plan achso, weil die Batterie leer ist, weil bisschen planlos bin aber ganz offensichtlich müssen wir wirklich an dem Typ irgendwie vorbeikommen da ist ja extrem keine Batterie mehr, wir müssen jetzt hier durchlaufen die letzte Sicherung ist hier irgendwo wir haben sie jetzt echt gesehen oder was das ist doch wohl jetzt nicht dein Ernst du verdammter das waren wir hier schon nein, hier waren wir noch nicht ich bin die Sicherung auf und jetzt weggekommen lass mich in Ruhe hau ab so ok holen wir uns das blöde Ding hier ey jetzt haben wir so lange hier rumgeäumelt alle Batterien leer gemacht unglaublich ey heftig 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 es gibt jetzt den Schlüssel ja, lauf noch langsamer oh schiss so was von schiss, dass der jetzt kommt ey eh hey and ah der schön kommt da kommt er eindeutig los komm jetzt hier rein ich will mich verstecken bis du wieder weg bist und dann kann ich mir das Ding holen komm schon wo ist der Schlüssel denn ja klar na gut Leute dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wenn es wieder heißt let's play outlast ja ich hoffe ihr seid in der nächsten Folge dabei und lasst mir auf jeden Fall ein Abo da bis dann Leute ciao 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 ciao